Und jetzt haben wir noch das Today, ne? Ja. Okay. Okay, 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 okay. Let's go. Grass Rock. Lilieb und Vilje. Nicht gut. Übersehe ich irgendwas? Hier Ogapon. Ich nehme Ogapon. Ogapon Cornerstone. Könnte gut sein. Kann auch schlecht sein. Grass Yoto. Fühle ich ja per se erstmal Sonnenkern. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Grass Alola. Grass Alola Form von Pflanzen. Coco. Aber Coco war jetzt schon nicht ohne so. Ich habe irgendwie Bock, Vorbeileid zu nehmen. Kann ich noch nicht einschätzen. Ice Rock. Ice Rock. Aber Gaga. Das ist noch Ice Rock. Amarino halt, ne? Amarino, aber Gaga. Das ist noch ein. Jetzt Amarino. 27,6. Weile ich noch nicht. Ice Yoto. Borugel. Borugel, Stiebel, Quiekel, Kaifel. Hat irgendwer da eine Mega-Entwicklung bekommen? Ich glaube nicht. Borugel. Ich kann gar nicht einschätzen, wie gut ist das, ne? Ice Alola. Bock auf Cravelle. Können aber auch Sandama-Sandern. Wulpix Wulnona sein. Ich glaube, der wäre besser gewesen. Legendary Rock. Terrakium. Ogapon habe ich ja schon. Das ist richtig scheiße. Ich glaube, die Runde scheiße, ich rieche rein. Legendary Yoto. Ja, Suikun, Raikou. Lugia ist halt. Und Enter ist halt die Einzigen, ne? Ich sage, Raikou ist der, den man am ehesten von denen nicht auf dem Schirm hat. Na, es gibt fünf Stück. 24,3 Prozent. Weiß ich noch nicht, ob das so gut ist. Legendary Alola. Ich habe mich auch richtig reingeschissen. Legendary Alola. 1,9. Ich glaube, der war gut. Kusila kann echt gut sein, ja. Akkassi, Sui. Oh mein Gott. Willkommen für das Blatt, ja. Okay. Ich meine, trotzdem ein Average Score von 8 ist actually strong. Okay, Connorson war hier. Ogapon war actually auf der 1. Sonnenkern war okay. Sonnflora zweiter. Sonnenkern so weit unten, okay. Lammelux war auf der 1 gewesen. Vorbei, aber ein guter Call meinerseits. Guter Call meinerseits. Amarino auf der 1. Wichtig. Ja, es wäre Kusila gewesen. Quieke, Kaifel sogar unter Botogel. Es wäre Sandama gewesen. Nein. Zu glücklich habe ich nicht Kamell genommen. Hier wäre es halt Cornerstone gewesen. Hatte ich nicht mehr oft, deswegen Terrakium. Ist okay. Es wäre Sui. Raikou ist das most picked legendary gewesen. Und da beginnt er actually auf der 3. Ich sag, actually war eine gute Runde. Außer, ähm. Was weiß es auf deiner Mitte, glaube ich? Nee. Hä? Abgesehen von Raikou war das actually strong. Wenn du nach vorne gehst. Ah, da. Das da. Okay, ist ja. Ist ja kaum der erste Fussel. Das hat ja niemand gesehen. Raikou ist der einzige, der leider so ein bisschen Arsch ist. Aber ansonsten war es strong. Sonst war es strong. Der hat echt strong Augen. Fussel aus Wunders Bauchnabel. Ich hatte by the way jetzt auch den Münzen-Style für ein halbes Jahr. Aber man fühlt es, Lyon, oder? Sei ehrlich. Man fühlt es schon. Aber es hat Spaß gemacht. Ich mag es echt gerne.